Servus Leute, was geht, Take Cryptos hier. Freut mich erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zurück auf meinem Kanal. Heute geht es natürlich wieder um die Kryptowährung, die uns eigentlich allen bekannt sein sollte. Und zwar geht es hier um Veracity. Wenn es irgendwas Neues gibt, dann gibt es was Neues. Das heißt, das können wir hier in dem Video thematisieren. Es gibt aber noch weitere Sachen. Wir gucken uns mal generell Twitter an, weil Twitter ist eigentlich die Quelle von neuen Informationen. Das heißt, wir sehen da eigentlich am schnellsten, sobald es irgendwas Neues gibt. Deswegen werden wir uns erstens Twitter angucken, wir werden uns generell mal angucken. Okay, was hat Veracity jetzt in der Zeit gemacht, wo es beispielsweise das Tokenomics Update gemacht hat? Da meinte ich ja, okay, an sich ist das natürlich jetzt nicht so schön auf den ersten Blick zu sehen mit den 90 Milliarden und dieser World Treasury Chess. Und deswegen ist es natürlich genau hier wichtig, sich mit dem Projekt bestens zu befassen, zu schauen, okay, was passiert hier alles? Wie sind die Listings? Was ist das? Deswegen ist hier natürlich genauso wichtig zu schauen, okay, wie macht sich das Unternehmen? Erstens im Bärenmarkt. Wie sieht das Ganze aus mit den Listings? Wie reagiert die Community drauf? Und wie weit entwickelt sich denn hier das Konzept von Veracity? Und genau deswegen würde ich mal sagen, wir schauen uns das alles an. Ich bin da auf ein paar sehr interessante News gestoßen. Natürlich vorab, wenn dir das Ganze gefällt, dass wir hier Veracity Content liefern, dann gerne ein Like geben. Somit supportst du natürlich den Kanal und hilfst, das Video weiteren Leuten auszutragen. Ansonsten würde ich sagen, falls du noch kein Abonnent bist, dann kannst du natürlich gerne auch ein Abonnement da lassen. Und ja, würde ich mal sagen, wir starten hier auch sofort in das Video rein nach dem Disclaimer. Wichtig, ich bin kein Anlagenberater. Dieses Video dient dir lediglich als Informationsquelle. Okay, ihr seht, ich habe hier einige Tabs vorbereitet. Die werden wir hier alle mal durchgehen. Da werden wir auch ein bisschen Referenz zum vorherigen Video ziehen. Und zwar, ja, wo sollte man denn anfangen? Ja, bei CoinMarketCap, wir gucken uns erstmal generell an, wo steht Veracity, wie teuer ist der ganze Spaß? Und zwar, obwohl natürlich hier auch eher günstig passen würde. Ja, wir sind auf Rang 337 auf 365.000 Watchlists momentan, ja, zu 0,007 Dollar Cent zu bekommen. Das heißt, ja, wir waren beim All-Time-Low, was sich dieses Jahr hier herauskristallisiert hat, bei ungefähr 0,004 Dollar Cent. Dann waren wir eine Weile hier bei dem 0,005 Dollar Cent. Dann waren wir tatsächlich eine Weile hier auf 0,005 Dollar Cent, also beziehungsweise auf einem halben Dollar Cent. Aber wir müssen auch sagen, wir sind immer noch günstig, denn wir waren sehr lange auch auf 2 Dollar Cent. Das war so der normale Preis von Veracity, kann man sagen, ja. All-Time-High bei 8 Dollar Cent. Das heißt, wir sehen natürlich, wurde stark abgestraft. Ja, kleine Krypto, ganz normal. Und deswegen würde ich mal sagen, ja, wir schauen uns mal ganz genau an, was mit Veracity momentan am Start ist. Zuletzt noch, ja, eine Market Cap von 73 Millionen US-Dollar und mit einem Volumen von, ja, 13 Millionen US-Dollar pro Tag in den letzten 24 Stunden. Bevor wir hier aber weiter auf Veracity eingehen, gucken wir uns da mal an, ja, Ethereum tatsächlich ist fast auf 2.000 US-Dollar. Ethereum ist ja auch sehr stark durchgepumpt. Der Merch steht kurz vor der Tür, haben wir auch gestern schon beleuchtet und das mal genauer angeguckt. Und das ist natürlich krass, Ethereum jetzt tatsächlich auch wieder 5% in einem Tag angestiegen, fast auf 2.000 US-Dollar zu sehen. Das spiegelt sich natürlich auch in dem Ethereum 4-in-Greet-Index wieder. Ja, ja, der Bitcoin 4-in-Greet-Index ist bei 46, Ethereum 4-in-Greet-Index, weil das eben doch stärker angestiegen ist, die Gear ein bisschen höher. Da sind wir tatsächlich in der Gear angekommen, sehr interessant. Und die letzte Referenz zum letzten Video, ja, die Märkte sind jetzt hier geschlossen am Wochenende, aber wir sehen, ja, Apple ist tatsächlich jetzt auf 172 US-Dollar. Das heißt, einfach mal 2% angestiegen im letzten Tag und deswegen meinte ich ja, Bitcoin im letzten Video kannst du dir gerne hier oben anschauen. Und wenn du es noch nicht gesehen hast, meiner Meinung nach, Bitcoin steht noch kurz vor der Explosion, beziehungsweise das heißt kurz vor der Explosion. Das heißt einfach, das sind super Einstiege, Krypto momentan, besonders auch der Bitcoin hängt tatsächlich im Vergleich zum Finanzmarkt recht stark hinterher. Das sehen wir natürlich auch bei der Microsoft-Aktie, die ist jetzt auch wieder recht gut angestiegen auf 282 US-Dollar. Okay, aber wofür sind wir denn hergekommen? Wir sind hergekommen für Veracity und deswegen würde ich mal sagen, wir gucken uns hier bei der Quelle an, ja, was passiert denn hier? Und das ist natürlich auch sehr interessant. Wir schauen uns nämlich heute mal an, wie wichtig das ist, das digitale Marketing für Veracity, ja, für Veracity Tech. Und da wollen wir erstmal drauf eingehen. Veracity hatte sehr viele Listings in letzter Zeit. Tatsächlich sehr überraschend, müssen wir sagen. Das ist eine kleine Krypto, wie wir das kennen. Fast schon eine Micro-Cap-Krypto und wir haben sehr viele Listings gesehen, ja. Ja, Krypto.com eigentlich somit das größte Listing, das kennen wir ja, war auch schon tatsächlich eine Weile her. Qcoin gab es, Hyobi Global gibt es, Veracity zu kaufen bei BitTracks, bei BitThump, bei BitPhoenix, bei MXC, Coinspot, Bbox, aber auch Gate.io. Und das ist natürlich die Frage, ja, was ist das nächste, was ist der nächste Schritt für Veracity? Welche Exchange wird hier die nächste sein? Binance wäre natürlich sehr, sehr stark zu sehen, wenn wir uns vorstellen, dass diese Krypto bei Binance gelistet wird im Bullenmarkt, in einem Bullenmarkt ähnlichen Verhältnis. Beispielsweise, wir wussten ja vor einem Monat, vor eineinhalb, vor zwei Monaten war ein absolut bärisches Verhältnis und da bringen natürlich diese Listings für die kurze Frist nicht so viel langfristig. Das ist natürlich immer schön zu sehen, denn es ist sehr wichtig für eine Krypto auch ordentlich zugänglich zu sein und da, meiner Meinung nach, Veracity auch hat es eigentlich schon den Fuß in der Tür, wenn man das so sagt, ja. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das ohne Probleme zu kaufen und ich denke mal, viele Leute sind auf krypto.com angemeldet. Ich denke mal, viele Leute sind auch auf Qcoin angemeldet und andere Kryptowährungsbörsen, Hyobi Global ist ja auch nicht gerade klein, ja. Also da hat man natürlich viele Möglichkeiten, Veracity sich ordentlich zu kaufen. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Tweet, bevor wir hier auf das Hauptthema kommen. Wir gehen einfach mal generell die aktuellen Informationen durch, ja. Also wie gesagt, wenn das Ganze gefällt, gerne ein Like geben, somit sehe ich, dass ihr da Bock drauf habt, dass ihr da mehr dazu sehen wollt. Ich habe das Ganze jetzt auf Deutsch übersetzt, also wir wollen natürlich hier nicht auf die Grammatik, ja. Es geht natürlich nur auf die Kernschwerpunkte und zwar lasst uns mal darüber sprechen. Veracity, das Umsatzmodell von Proof of View und Veraviews. Da werden wir uns auch gleich nochmal darauf leuchten, ja, das Ganze mal genauer angucken. Also Vervious Ad Stake wird den Werbetreibenden angeboten, um eben die Einsparungen von dem Geld zu teilen, ja. Das heißt aufzuteilen, was normalerweise tatsächlich für Bots und für Betrug ausgegeben werden würde. Das heißt im Endeffekt, man nimmt das Geld, was eigentlich weggeschmissen wird und teilt das untereinander auf. Das ist ja das Kernprinzip. Ich denke mal, ich muss ja auch gar nicht weiter ins Detail eingehen, denn dafür haben wir schon sehr viele Videos gemacht, ja. Wenn du Veracity noch nicht kennst, dann würde ich dir tatsächlich erstmal empfehlen, die ganzen Videos zu machen, die ich gemacht habe. Ich verlinke dir auch oben hier gerne die Playlist. Wir haben uns White Paper angeguckt, wir haben uns das patentierte Proof of View angeguckt und jetzt gucken wir uns eben noch Ad Stake an. Wir haben uns tatsächlich eigentlich alles angeguckt, was es gibt, ja. Deswegen kann ich dir auf jeden Fall die Playlist ans Herz legen. Ja, was bedeutet das? Dass die Revenue hier, die Einsparungen, das Geld sozusagen, was rausgeschmissen werden würde, geteilt wird, ja. Die Unternehmen haben basically, rein theoretisch, eine risikofreie Option, ja. Die müssen keine Vorabkosten haben. Das steht tatsächlich hier von Proof of View aus, ja. Wenn das Proof of View funktioniert, dann gibt es kein Risiko für das Unternehmen, sondern nur Profite. Da muss natürlich das Proof of View funktionieren, aber da es natürlich eine patentierte Lösung ist, die Veracity hier anbietet, da kann man, denke ich mal, davon ausgehen, dass es auch funktionieren sollte. Und das ist tatsächlich auch schon im Einsatz, also so ist es nicht. Hier möchte ich auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, ich denke mal, die treuen Zuschauer hier vom Kanal, die kennen das, ja. Das Verviews und eSports, dieser Verviews Cycle, da sehen wir natürlich die langfristige Partnerschaft mit Bright Growth haben wir auch schon abgedeckt, ja. Ja, Verviews, da beziehen wir uns jetzt auch gleich drauf und das ist eben ein Kreislauf, der immer wieder weiter vonstatten geht, ja. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen gleich mal auf Verviews drauf, denn da gab es nämlich tatsächlich ein Update. Und zwar bin ich hier drauf gekommen, das ist am 11. August hochgeladen worden, das heißt, das ist aktuell, okay. Schauen wir uns das mal an. Verviews delivers the first third-party developer ad support plugin for the Brightcove Web Player. Okay, wir gucken uns das gleich ganz genauer an. After extensive testing, the Verviews Ad Stack is now available to all of the tens of thousands of publishers using the Brightcove Player. Gut, das heißt, hier wurde was veröffentlicht, ja. Nach extensivem Testing wurde das Ganze eben gelauncht und da gucken wir uns eben mal an, ja. Ja, im Veracity Medium Player, deren Informationswebsite, ja, Veracity Verviews liefert erstes von Drittanbietern entwickeltes Ad Support Plugin für den Brightcove Web Player. Das meinte ich ja eben, ja, das ist nicht nur ein kleines Händeschütteln von Veracity und Brightcove. Das ist eine langfristige Partnerschaft und das sieht man halt immer, immer wieder und immer weiter, was natürlich auch schön gesehen ist, natürlich von den Investoren, da man somit den Use Case erweitert. Ja, und der Release Date, hier sehen wir Verviews Brightcove Release Date. Lesen wir uns mal rein, was steht denn hier. Ja, Veracity ist ein Ad-Tech-Unternehmen, das auf den Prinzipien der Open Ledger-Technologie basiert. Und diese gaben heute bekannt, dass der Verviews Ad-Tech-Stack das erste von Drittanbietern entwickelte Ad Support Plugin für den Brightcove Web Player geliefert hat. Okay, das heißt, ja, wir sehen Fortschritt. Brightcove, für die Leute, die es nicht wissen, nochmal hier eine ganz kurze Erklärung. Der vertrauenswürdige Marktführer für Streaming-Technologie entwickelt zuverlässige, skalierbare und sichere Videotechnologie-Lösungen für Medien- und Unternehmensorganisationen. Und Verviews, um das auch nochmal zu erklären, für die Leute, die sich da jetzt vielleicht noch nicht ganz so gut auskennen, ja, ist ein Open Ledger-Werbe-Ökosystem, das eben auf der patentierten Betrugslösung, ja, Proof of View von Veracity basiert. Ich denke mal, von Proof of View müssen wir nicht mehr weiterreden, ich denke mal, das kennen wir alle. Ja, und was bietet Verviews? Eine einfache, betrugsfreie und transparente Videomonetarisierung. Und bietet ebenfalls für Publisher überprüfbare Kampagnen-Statistik für Marken, auch sehr wichtig, denke mal, ganz klar, ja. Ja, dass Marken und Unternehmen auch ihre Kennzahlen analysieren können und damit dann weiter von Starten gehen können. Okay, und nach der Web-Integration mit dem Brightcove-Webplayer hofft Verviews natürlich, eine der leistungsfähigsten und überprüfbarsten Lösungen zur Verhinderung von Anzeigenbetrug zu werden. Und da war eben deswegen auch die Partnerschaft, ja. Veracity profitiert eben auch von der Benutzung. Es wird durch Brightcove benutzt und die Kunden werden tatsächlich auch Veracity bis zu einem gewissen Maß benutzen, ja. Das heißt, da ist auch wirklich Hugh's Case dabei. Das war eben doch eine Rechtfertigung, dass so viele Veracity gebraucht werden, diese 90 Milliarden. Und hier, das ist eben auch der Kernpunkt, was ich eben meinte, wie Common Benutzung, ja. Jeder Publisher oder jede Marke, die Brightcove zum Hosten von Inhalten verwendet, kann Verviews in nur wenigen einfachen Schritten nahtlos bereitstellen. Das heißt, es wird einfach einfach gemacht, die Sache hier zu benutzen. Und das sagte Rajan Shah, der bei Brightcove arbeitet, zu der Verviews-Integration. Und zwar, Verviews bietet den Kunden zusätzlich zu unseren derzeit unterstützten Plugins ein alternatives Third-Party-Ad-Support-Plugin für den Brightcove-Webplayer. Darum ging es ja eben. Das ist eben das Update. Nach dem umfangreichen Test, haben wir ebenfalls schon durchgelesen, ist das Ganze jetzt im Angebot. Tatsächlich, ja. Ja, und Veracity wird natürlich noch nach weiteren Möglichkeiten suchen, Publishern auf dem Brightcove-Webplayer durch die Weiterentwicklung innovativer Betrugsbekämpfungslösungen einem Mehrwert zu bieten. Das ist ja eben das gesamte Konzept von Veracity, von Verviews hier. Und damit haben wir das Update. Ich denke mal, wir müssen nicht erklären, was Brightcove ist. Das haben wir gerade schon gemacht. Und tatsächlich auch über Verviews. Das haben wir ja ebenfalls auch schon in einem anderen Video thematisiert. Deswegen, falls du es noch nicht gesehen hast, gerne auch die Playlist abchecken. Deswegen, denn meiner Meinung nach hat diese Krypto auf jeden Fall im nächsten Bullenmarkt gutes Potenzial, weil wir eben sagen müssen, ja. Das ist jetzt der Abschluss. Wir sehen hier, Verviews, Ad, Fraud, Betrügereien ist das Problem. Die Lösung ist Verviews. Und wenn wir hier uns den letzten Tweeter angucken, ich denke mal, das fasst das wirklich perfekt zusammen. Veracity macht weitaus mehr als eine durchschnittliche Kryptowährung. Ja, eher wie ein echtes Unternehmen agieren sie hier am Markt. Und das ist auch ein riesiges Problem in der Blockchain, beziehungsweise ein riesiges Problem mit der Blockchain-Lösung lösen möchte. Und in großen Institutionen somit natürlich helfen kann. Das finde ich tatsächlich auch so, ja. Veracity agiert hier sehr stark wie ein Unternehmen und stellt sich dementsprechend auch recht breit auf mit den Angeboten, die sie hat, ja. Und man muss ja wirklich sagen, sie machen tatsächlich für ihre Größe, ja, für die kleine Market Cap, die wir hier eben sehen, ja, von 73 Millionen US-Dollar, was eben auch unter 100 Millionen US-Dollar ist, was tatsächlich auch sehr günstig ist. Ich denke mal, da muss ich nicht weiter das erklären, ja. Machen die eine sehr starke und solide Arbeit, was mich natürlich als Investor freut. Und ich möchte, ja, das ist hier auch die letzte Auskunft. Ich möchte tatsächlich, ich plane auch kleinere Kryptos weiter einzukaufen. Ich hoffe, dass der Markt sich mal ordentlich korrigiert. Ich denke mal, das ist vollkommen normal. Es ist eben auch normal, dass der Markt jetzt wieder angestiegen ist. Das muss so sein, dass es ein gesunder, ein gesundes Wachstum durch diese ganzen Panikverkäufe. Aber ich denke auch, dass wir auch bald wieder ordentliche Rücksätze haben von beispielsweise 15%. Darauf freue ich mich. Diese Einstiege, die suche ich. Und dann werde ich auch vermehrt tatsächlich kleinere Kryptowährungen einkaufen. Und da zählt natürlich Veracity mit dabei, ja, als auch LXX beispielsweise oder Alchemy Pay. Da möchte ich mich auf jeden Fall nochmal gut eindecken. Deswegen freue ich mich natürlich, sobald die Kryptos weiter nach unten gehen. Okay, aber soweit war es das tatsächlich von meiner Seite. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn ich dir ein Mehrwert bieten konnte, freut mich natürlich sehr. Wenn du dich weiter informieren möchtest, habe ich dir die Playlist natürlich verlinkt, auch in der Endcard. Und dann würde ich sagen, das war es komplett mit den Informationen, wenn du nichts mehr verpassen möchtest und auch gerne Kommunikation haben möchtest mit in der Community. Ja, Telegram ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, ist kostenlos. Du kannst gerne alle Fragen stellen. Die Community ist tatsächlich sehr aktiv, was mich natürlich auch freut. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich habe das Video extra noch aufgenommen. Es ist jetzt gerade halb vier. Ich habe noch nichts gegessen, aber ich dachte, okay, ich muss auf jeden Fall das Video noch machen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Peace out.